Seine Schnappschüsse bringen den Tod. Seine Morde bringen Geld. Sein Name... Shatter. Ich bin ein Profimister. Ich werde für meine Arbeit bezahlt. Und zwar immer. Doch vom Jäger wird er zum Gejagten. Shatter gerät zwischen die Fronten. Ich weiß nicht, von welchem Geld ich spreche. Genau. Und haben Sie das Geld? Sie sind allein, Shatter. Völlig allein. Und Sie schwimmen mit dem Gesicht nach unten im Haar. Es ist aus mit Ihnen, Shatter. Sie sind fertig. Sie sind so gut wie tot. Das sollte Sie doch interessieren. Ach, was muss das nur für ein Gefühl sein, von allen gejagt zu werden? Shatter. Ein Mann gegen das Syndikat. Ein Mann unter Beschuss. Ein Mann braucht Kung-Fu. Kung-Fu. Der Extraklasse aus dem Hause Shaw Brothers. Hier kriegt selbst der gelbe Adolf Atemnot. Erstmals gemeinsam in einem Film. Karate, Thai-Boxing und Kwan Do. Mit dem Meister der Martial Arts, Tee Lung. Ich soll es mir helfen, am Leben zu bleiben, bis ich meine Rechnung kassiert habe. Sehen Sie Stuart Whitman, Peter Cushing und Tee Lung. Ein Kung-Fu-Polit-Thriller, dem die Leinwand kaum standhält. Vergessen Sie Bond, vergessen Sie Cotton. Aber schreiben Sie diesen Namen in Ihr Gebetsbuch. Shatter fängt da an, wo andere aufhören. Shatter, demnächst in diesem Theater.